okay das war es relativ bescheiden vor allem weil es die gegner so saumäßig stark sind viel land gehört mir auch noch nicht ich habe das voll unterschätzt okay ich vermute mal ganz stark hat zwar hier ein gang system und blubs aber das wird nichts ich vermute ganz stark dass ich mich hier zurückziehen muss irgendwie ich habe noch keine ahnung wie ich es machen werde auf der linken seite bin ich recht stark ich baue es erstmal überall gänge und tunnel das kann ich später noch gescheit machen soll ich angreifen wir sind die regeln vernichtung okay also wenn ich hier was verlieren ist das egal ich kann mich durch schmerzen sieht gut aus der bleibt erstmal die bleiben die bleiben hier kann ich angegriffen werden machen wir das so der zieht sich zurück obwohl ich lassen mal da ich kann ja gucken okay zwei gegner zwei gegner bloß ich weiß warum sie sich nicht entscheiden weiter zu marschieren aber für mich ist es ein riesen ding problem ist ich habe hier kaum einheiten und da ziehe ich mich definitiv zurück hier kämpfe ich allerdings das kann ich schaffen das ist machbar das probieren wir einfach und gut ist okay sehr schön schauen wir mal gut ganz kurz ich sage euch die schmerzen im fuß sind echt uncool also es ist noch nicht so schlimm dass ich nicht laufen könnte das hatte ich mal wow war das für ein arsch sorry aber wirklich wenn du so wenn ihr so schmerzen in gliedern habt dass sie nicht mehr laufen könnt aua uncool uncool wie noch mal was warum seid ihr so langsam würde mich mal interessieren okay ein gegner richtig gut schaffen wir so ich muss jetzt auf jeden fall schauen dass ich durch diese kämpfe hier große schöne starke armeen baue denn ich werde es brauchen in der einen schlacht hier habe ich leider kann 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 keine gebäude einnehmen alles klar dann machen dass die spinnen die spinnenreiter nehmen das noch ein geht das auf die entfernung nice und ich könnte es für immer mir stark 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 gefällt i like dead very much so man kann kann mal gucken sehr interessant dass diese truppe noch nie irgendwie gekämpft hat was ich habe das doch gerade eingenommen aha 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 ich sehe ich sehe das hier gibt es immer aber hier wird uns gehört sind sie tot sehr schön so kankra auf die muss ich aufpassen ne ich werde hier richtig hardcore mäßig ausbilden so baumeister töten oh yeah rums kabums ein türmchen baut da was kann die denn alles gibt stachel das ist sehr gut tunnel naja naja kankra finde ich jetzt als held nicht so stark aber na gut na gut sie kann niederreiten schlecht ist sie nett schlecht ist sie nett aber cool geht so oh 1000 ist mir zu teuer das mache ich nicht da fällt mir ein die beiden könnten den turm zerstören das könnte mir mehr tunnel bauen und dann mal schauen ja dann greifst du an und ist das türmchen zerstört ja hier muss ich aufpassen weil ich freue mich aufpassen alles klar gut kann ich ausbilden nope gerade nicht ich habe eh schon so gut wie gewonnen ja ist mir überhaupt grad dunkel schwinge dann bringen wir die mal unter kontrolle und schwupps da können sie mir hurra so was ich jetzt mache abhauen 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 und ich weiß es ist doof und eigentlich wollte ich das nicht sehen und eigentlich sollte ich es nicht machen aber ich sehe mich leider gezwungen zu grinden sprich hier einfach zeugs auszubilden es muss sein geht nicht anders geht nicht anders ja den kannst du mal hinterher rennen tunnel dann können wir jetzt bald ausbilden oder so na schafft es das ach die können mir sieht seltsam aus weil sie noch grün sind aber okay so dann bringt mal die auf meine seite asap please wichtig na komm schon und dann wieder hierhin scheiße ist sie groß genug ich brauche mehr truppen ich bin noch viel mehr ich bin noch lange nicht fertig ja hier wird schön ausgebildet jetzt bloß nicht auf gut gut ja ja lass sie die Mine angreifen ich brauche es lieber wieder ein paar Tunnel und dann sind wir fertig mit dem Grinden C sehr schöne Hotkey zum benutzen Kangra Stufe 2,5 das ist auch akzeptabel auch können die Elben durch die Tunnel ey das ist so geil mit den Tunneln ich liebe das die KI glaube ich benutzt es nicht leider hat sich EA halt echt nicht viel Mühe gegeben GG man könnte halt also wenn man richtig richtig gut im Programmieren ist dann kann man eine KI schaffen die wirklich nahezu unbezwingbar ist es geht vor allem mit Micro Decision Making dann gibt es hier noch ein Map Hack und dann läuft also ich glaube da kann dann kaum ein Mensch mithalten wenn sie wirklich überall zur gleichen Zeit sein kann das muss sau schwer sein zu gewinnen aber so eine KI zu programmieren ist natürlich aufwendig kostet sau viel macht keiner deswegen gibt es immer nur Ressourcen Hack Map Vision Cheat und fertig ist und dann einfach nur ja lass ausbilden nimm mal ausbilden bum 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 ein bisschen triggern so einfach ist es natürlich nicht wie ich es jetzt sage eine KI zu programmieren ich habe keine Ahnung wie anspruchsvoll das sein muss aber man könnte es halt richtig richtig machen ohne Hacks und Cheats einfach nur wirklich KI die kann überall sein wie dieser Kickertisch habe ich mal bei Galileo gesehen ich weiß jetzt nicht was ihr von Galileo haltet ich finde es ganz ja interessant informativ weiß ich nicht ob man jetzt also als Quelle zu Rate ziehen würde ich es jetzt nicht für irgendwelche Arbeiten oder so aber was sie da mal gezeigt haben war so ein so ein mechanischer Computer Kickertisch also man konnte gegen eine KI kickern ziemlich cool muss ich sagen und die war stark ach die tauchen dort auf ja gut dann gehen wir da lang weil es halt wirklich überall war mit den Sensoren Berechnung wo der Ball hinfliegt und so das war schon das war schon ziemlich cool wie viele Gegner habe ich denn drei ach du heilige ach und hier gleich zwei Gegner na super na mal gucken das wird so furchtbar ich habe das mal wieder vollkommen unterschätzt naja weil hier sind wir diese blöd Gegner wo da unten da interessiert es mich nicht zumindest vorerst haben wir hier den Lurzbald besiegt und dann den Tranduil müsste doch machbar sein oh die zerstören den Gang ja komplett tatsächlich ah Baumeister lauf 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 so sieht hier jetzt aber ganz okay aus muss ich sagen oh ja haut mal den Baumeister weg so dann noch einen Tunnel bauen die zerstören mir zwar hier viele Gänge aber die werden wieder aufgebaut irgendwann und einer ist besiegt das ist sehr gut na weiter wir den Müll halt ich glaube ich brauche ich hier eine Festung scheiß drauf bau schneller bau schneller bau schneller bau schneller bau doch bau doch bau doch will er nicht so und jetzt müsste es einfacher sein jetzt haben wir nur noch ein Feind das heißt ich kann mich zurückziehen gemächlich aufbauen chillen jetzt wäre ich beinahe beinahe hätte ich aus Gewohnheit und stuff alt tab gedrückt dann wäre die Aufnahme für den Arsch gewesen zum Glück habe ich es nicht getan das hätte jetzt so gesuckt ganz im Ernst das wäre jetzt so für den Arsch gewesen ja die Mühen werden oh jo jo ah wie cool das Ding ist Stufe 3 und schießt piu 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 wie sagen sie bei Starcraft oder wie sag ich immer wenn sie flamen let's qq nur piu piu macht ja auch Sinn sehr schön komm schon schießen 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 angreifen bam totes verdorbenes aaaah fliege im Zimmer was bedeutet für mich ich mach das Fenster zu und schnappe mir aaaah die Fliegenklatsche und sobald sie in Reichweite kommt und mich nicht am Spielen hindert kriegt die übelst eins aufs Maul ich glaube es war keine Wespe ich hab's nicht rum gehört aber ich hab auch ein riesen Headset auf also weil ich hasse Wespen wie Sau ich kann sie ums ums Verrecken nicht ausstellen ich wurde zwar noch nie gestochen trotzdem hate pur und zwar bis zum geht nicht mehr ähm Drecksviech ich glaube ich mach dann auch bald da ist sie da ist sie aha boah ist das ein riesenviech vielleicht sollte ich versuchen sie wieder raus zu scheuchen oh ich weiß nicht es ist alles ziemlich ah da liegt sie aber da kriege ich sie nicht ich weiß nicht ob ich sie wieder kriege aha jetzt ist sie wieder aufgeflucht ah vielleicht mach ich das Fenster vielleicht wenn ich sie ach jetzt ist sie mein Bett toll super ich bau mal hier ein Sägewerk Bild hier ein bisschen aus ich kann das nicht haben ich hasse Fliegviech Insekt Zeug ne das ist ja nett das ist bloß ein Fuhl-Losen-Puzzle dammit was sind das meine Einheiten wir da stehen sie ein bisschen bescheiden kommen nicht hier bei Truppen raus ja ne nicht mehr Spinnen machen blöd Fliege wix der verliere ich jetzt wahrscheinlich noch weil ich mich nur noch konzentriere oh lass die Mine doch oh man man hab ich eigentlich nen Baumeister verloren nee ich dachte schon boah wird ne Menge starken Müll hier aber gegen einen Gegner müsste ich es eigentlich packen das kann nicht so schwer sein oh die sind Stufe 3 geworden nicht schlecht okay sind die jetzt rechts von mir ich dachte nämlich eigentlich eigentlich hätte ich gedacht dass die rechts unten sind und nicht rechts äh da kommen wir nicht hin okay alles klar dann ich tschüss äh eigentlich hätte ich gedacht dass sie da unten sind hier aber gut dann halt nicht so äh wieso weg von der Mine irgendwo da wirst du wohl bauen können oh mein Fuß bringt mich noch um ich sag's euch sorry fürs Geflame aber über den Schmerz zu sprechen hilft eigentlich nen Scheiß okay nein ich hör jetzt auf ich versuch mich zusammenzureißen sorry seriously ja guck da ist er nicht ich wusste es der kommt mir immer von da unten na mal sehen drecksfliebeviech aber ich find das heute noch ich werd heute eher schlafen gehen sobald ich's getötet oder aus der Wohnung raus hab eher nope eher gibt's nix so macht euch wieder an die Arbeit alles klar ouch 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 vom Hafen bis nach hier wenn meine Schwester oder meine Mutter das jetzt schauen würde die tät das verstehen für alle anderen macht das jetzt keinen Sinn ich kann's aber wenn ihr wollt in den Comments erklären ihr werdet damit trotzdem nicht viel anfangen können aber wenn Bedarf besteht dann meldet's euch okay Gegner gebt auf auf Wiedersehen tschüss oh Gott nice so ein Part muss ich noch machen und dann ist Ende dann ist Schicht im Schach ich bin jetzt schon wieder ganz kaputt speichern 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 alles klar gut da drüben wird halt heftig aber das sehen wir gleich